91. Spielminute, Elfmeter für den FC Heidenheim und das wird wohl das 0 zu 3 und die Entscheidung sein. Lüge, Lüge, Lüge. Die rund 40.000 Zuschauer erlebten am vergangenen Samstag einen historischen Fußballabend. Als erstes Team holte man in der 2. Bundesliga einen Zwei-Tore-Rückstand in der Nachspielzeit auf. Zudem konnte man nach einem Rückstand bereits 17 Punkte einfahren, Liga-Bestwert. Und auch wenn der Ausgleich von Philipp Hercher in der wirklich allerletzten Sekunde erzielt wurde, ist das Unentschieden am Ende mehr als verdient. Vergleicht man die Statistiken zum Spiel, war der FCK sogar die etwas bessere Mannschaft, obwohl das Spiel beinahe mit 0 zu 3 verloren wurde. Doch der von Tim Kleindienst verschossene Elfmeter war die Initialzündung für die wilde Aufholjagd. Stimmen und Szenen zum Spiel gibt es auch heute wieder in der neuen Folge Dein FCK. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infokarte. Der erste FCK ist es laut an, ist zwar seit 4 Spieltagen ohne Sieg, doch das Comeback gegen den FC Heidenheim wird das Selbstvertrauen der Mannschaft noch einmal ordentlich pushen, denn eigentlich lief in diesem Spiel alles gegen die Roten Teufel. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit kam das Team von Cheftrainer Dirk Schuster mit Dampf aus der Kabine. Und genau in dieser Phase zeigte Tim Kleindienst, wieso er der Topscorer der zweiten Bundesliga ist. Knappe 20 Minuten später trat das Worst-Case-Szenario ein, denn Ex-Lautreff Florian Pick erzielte mit einem Sonntagsschuss die 0 zu 2 Führung für die Gäste. Zu solchen Kommentaren muss ich mal wieder nicht viel sagen. Da ja Schuster alles falsch macht und so wenig Ahnung hat, hier eine Statistik, die das Gegenteil beweist. Schuster wechselt nämlich ligaweit die meisten Scorer ein. Und auch gestern wurden beide Treffer von Einwechselspielern erzielt, demnach wird das Trainerteam schon wissen, was zu tun ist. Aber unter Ante war damals alles viel besser. Ich glaube, mancher vergisst, dass Schuster mit uns aufgestiegen ist, den Klassenerhalt gesichert hat und der Verein aktuell auf Platz 7 steht. Ich beglückwünsche an dieser Stelle alle, die schon vor Spielende aus dem Stadion gegangen sind. Ihr habt die wohl verrückteste Nachspielzeit seit vielen Jahren verpasst. Heute können wir uns alle darüber freuen, in dieser Saison nie wieder etwas von der berühmten 40-Punkte-Marke zu hören, denn die ist mittlerweile endlich erreicht worden. Am Wochenende holen wir den Auswärtssieg gegen Eintracht Braunschweig und in 14 Tagen versauen wir dem HSV den Aufstieg. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonnier den Kanal.